Herzlich willkommen zur Vollfettstufe von Automotizen.de. Heute habe ich ein vollfettes Auto dabei. Das ist, und jetzt kommt der lange Name, der 2020 AEC Ram 1500 Laramie Sport. Was steckt dahinter? 2020, klar das Modelljahr. AEC ist der offizielle Importeur für Dodge und Ram Fahrzeuge hier in Europa. Die 1500er Pickup-Reihe, eigentlich die kleinere Variante von Ram in den USA. Bei uns eben das Format füllende Fahrzeug für mindestens zwei Autobahnbaustellenspuren. Und hier der Laramie Sport kommt als vierte Modellvariante in diesem Jahr neu dazu, mit sportlicheren Exterieurdetails, 20-Zor Leichtmetallfelgen. Und er ist und bleibt ein vollfettes Auto, 5,92 Meter lang, 1,97 Meter hoch, weit über zwei Meter breit. Der kommt nur im Crew Cab, also in der Variante mit einer Rücksitzbank und hat aber auch seine Freizeittauglichkeit schon direkt am Parkplatz oder am Campingplatz unter Beweis zu stellen. Es gibt vor der Rücksitzbank links und rechts wasserdichte Fächer. Das kann man auch komplett mit Eishürfeln befüllen, wenn man möchte, oder mit Wasser für einen Fisch. Dann kann man zum Beispiel hier einen kühlen Schokoriegel rausnehmen. Getränk, also Bier und Eis machen wir heute nicht, sondern passend zur Vollfettstufe, Schokoriegel und koffeinhaltige Brause. Und ja, der Schokoriegel heißt wunderbar. Mal gucken, wie und ob das Auto auch wunderbar ist. Das finden wir heute raus. Der Rambock als Namensgeber der emanzipierten Marke RAM strahlt hier auch auf der Nabel der 20 Zoll Leichtmetallfelge. Die hat dann hier so Kunststoffeinlagen in Chromoptik. Die gehören eben zum Sportmodell, genauso wie die festen Trittbretter, also keine elektrisch ausfahrbaren, die dafür schön weit nach hinten gehen und ich nicht nur ein- und aussteigen kann, sondern auch die Ladefläche über das Trittbrett zum Suchen von Ladung oder dem Ein- und Ausladen benutzen kann. Die Frontpartie steht natürlich wie ein, weiß ich nicht, wie ein Geröll-Tsunami im Rückspiegel, wenn du hinter einem anderen Auto herfährst, auf der Autobahn oder Landstraße, der große RAM-Schriftzug und dann haben wir LED-Scheinwerfer. Die Luftein- und Auslässe aus schwarzem Kunststoff auf der Motorhaube sind und auch ein Zeichen der Sportversion. Gleich mit den anderen RAM 1500 Modellen ist der, ja hier sieht es sehr klein aus, ist aber ein 5,7 Liter großer Hemi V8 Motor mit 401 PS. Der wirkt in diesem fetten Gerät ein bisschen verloren, ist aber natürlich ein Trumm-Motor und ja ein Verbrenner der klassischen alten Schule mit 8 Zylindern. Mach mal die Haube mal zu und schau mal, was er denn hinten so zu bieten hat. Ein amerikanisches Auto, da geht natürlich viel elektrisch, so auch der Zugang zur Ladefläche. Die ist 1,70 Meter lang, 1,69 Meter breit. Zwischen den Rathäusern 1,30 Meter breit, verträgt also ordentlich Ladung. Das zulässige Gesamtgewicht des RAM 1500 Sport beträgt 3,5 Tonnen. Das Auto selber wiegt um die 2,5 Tonnen, also habe ich hier knapp eine Tonne Nutzlast und ich kann noch bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast hinten dranhängen. Die Anhängerkupplung ist jährigenmäßig, also die baut dann AEC in Anwerpen am Hafen ein, wo auch das Auto für die europäische Zulassung fit gemacht wird. Also je nach Führerschein kann man hier dann ein maximal 7 Tonnen schweres und brutal langes Gespann durch die Welt fahren. Wenn man dann eben die Kilometer spult, ob mit oder ohne Anhänger, kann man das zu 5 machen und wie sich der RAM so als Familienauto schlägt. Schauen wir uns jetzt an. Allein die Tür in den Fond, die ist gefühlt größer als eine Schiebetür im VW Multivan. Ich bin 1,92 Meter groß, die meisten von euch wissen das, habe die Vordersitze auf meine Größe eingestellt, der Ersatz kommt immer und kann hier, wir haben überlegen, ist es noch ein Auto, Rücksitzraum oder schon Tanzsaal. Also brutal viel Platz, Kopffreiheit passt auch. Klar, das ist hier einfach ein gerade nach hinten laufendes Dach. Der Laramie Sport hat im Gegensatz zu den höheren Varianten kein Panoramaschiebedach. Kann man also auch bedenken, wenn man mit großen Menschen unterwegs ist. Wir haben hier den Mittelsitz für den fünften Passagier, den kann man umfunktionieren zur, wie sollte das anders sein, extrem breiten Mittelarmlehne, dann ist hier so ein Ablagefach und zwei Cup Holder drin. Wir haben Isofix Bügel, die ziemlich gut erreichbar sind, obwohl sie keine Kappen oder Klappen haben. Auch diesen Satz sage ich immer, denn wir stehen hier schön weit raus. Da kann ich also den Kindersitz direkt reinschieben. Die Polsterung hier, Leder mit Mikrofaser, gefällt mir sehr gut. Wirkt auch pflegeleicht und ja klar, nicht hochwertig, hochziehen wie bei einem Premium-Hersteller, sondern eben typisch amerikanisch. Die Rücksitzbank selber kann ich, ich zeige das mal hier, im Verhältnis, ein Drittel, zwei Drittel oder 60, 40 sind es ganz genau zu sein, hochklappen. Und wenn ich die hochklappe, dann kann ich hier ja auf jeden Fall ein Fahrrad reinstellen, ein paar Umzugskisten, wie auch immer, was ich halt so transportieren möchte. Und ich kann aber auch die Lehne um 8 Grad verstellen. Dann wird aber der Knieraum ein bisschen weniger, weil das eben durch eine nach vorne und hinten Schiebefunktion der Bank geschieht. Hier haben wir eine Steckdose, aber American Style, also da gibt es, da muss ich einen Adapter nehmen, um hier eine deutsche 230 Volt Stromanschluss anzuschließen. Dafür gibt es hier USB und USB-C für jede Seite, insgesamt vier Anschlüsse. Dann ist hier ein Ablagefach, wo das Smartphone zum Beispiel reinpasst. Nochmal Cupholder und Luftausströmer für die amerikanisch arbeitende Klimaanlage, Frostanlage, wie man immer es auch nennen will, die rund um sich passt, weil die Gürtellinie sehr weit unten ist und zum Ein- und Aussteigen kann ich dann hier auch diese robusten Haltbegriffe nehmen. Jetzt bin ich wieder ausgestiegen und wir kraxeln mal vorne rein. Vorne für den Fahrer ist dann echt ein bisschen eng im Ram 1500. Haha, natürlich nicht. Allein der Fußraum hier auf meiner Hälfte ist breiter gefühlt als jeder VW Polo da unten auf der Straße. Man lümmelt bequem auf riesigen Sitzen. Seitenhalt ist natürlich eine Vokabel, die im Lastenheft vom Ram 1500 nicht so vorkam, aber brutal bequem, typisch amerikanischer Langstrecken-SUV-Pickup-Style, wie auch immer. Auch dieses Ablagefach hier in der Mitte, also manches Lastenfahrrad hat weniger Zuladungskapazität. Wenn es erlaubt wäre, könnte man hier noch einen Kindersitz installieren. Dann gibt es hier so eine Smartphone-Halterung, da kann ich hier das Smartphone rein klemmen. Ich würde es mit meinem glaube ich nicht versuchen. Ich weiß nicht, ob es dann hält oder also das Display lange hält. Es gibt auch hier vier USB-Anschlüsse, davon zwei USB-C und zwei klassische. Ich habe hier eine verschiebbare Mittelarmlehne mit Ablagefach und zwei Cup-Holdern. Eine brutal breite Armlehne. Darunter, wenn ich den richtigen Hebel ziehe, auch ein Ablagefach. Hier liegt dann die Bedienungsanleitung drin. Die lese ich euch jetzt nicht vor. Und nochmal ein USB-Anschluss. Warum nicht? Man kann per USB auch das Smartphone via Apple CarPlay mit dem Auto verknüpfen. Und hier sehen wir jetzt was, was ihr beim Händler nicht sehen werdet. Serienmäßig im 1500 Sport ist ein 12 Zoll Infotainment-Display. Das geht dann über die ganze Breite, also bis hier runter. Der hat keine manuelle Einstellung für die Klimaautomatik mehr. Wir haben hier noch ein Vorserienmodell. Das hat das 8 Zoll Display und die manuelle Einstellung. Die Software darin, die kennt man. RAM ist ja Teil des FCA-Konzerns. Wir sehen es an diesem U. Uconnect ist eben das System dahinter und die relativ unübersichtliche Anordnung der einzelnen Buttons, die kennt man zum Beispiel auch aus dem Jeep, Grand Cherokee und anderen Konzernautos. Da muss man sich dann, wenn man den Wagen neu hat, schon mal ein bisschen zusammensuchen, wo sind denn eigentlich die ganzen einzelnen Bedienfelder. Wir haben ein Navigationsgerät hier drin, gerade die Telefonanbindung, auch dann natürlich über Bluetooth und als Freisprecheinrichtungen. Alpine Soundsystem mit neuen Lautsprechern. Das unterscheidet den Sport auch von den höherwertigen Varianten. Die haben Hammankadons Soundsystem drin, aber auch das hier macht ordentlich Wumms. Die Instrumente sind analog, in klassischer Art ausgeführt. Der Drehzahlmesser links, die Geschwindigkeitsanzeige auf der rechten Seite und in der Mitte habe ich dann ein Display, wo ich mir eben die Word-Computer-Angaben und anderes aufrufen kann. So kann man dann hier die Trip-Informationen, also die Verbrauchsangaben, in zwei verschiedenen Ebenen sich herholen, das Audiosystem, sich die Informationen anzeigen lassen, Nachrichten und dann hier verschiedene Einstellungen eben auch vornehmen. Das gehe ich hier mal wieder raus. und dann hier auch, wenn ich möchte, den Tacho als große digitale Anzeige, Vehicle-Info. Also hier haben wir jetzt gerade den Reifendruck, die Temperatur und alles, was man eben so braucht oder möchte. Die Navigationsinformationen kann ich nicht ins Display mir spiegeln, sondern das geht dann rein über das Infotainment-Display in der Mitte. Das hier ist der Drehregler für die Wandlerautomatik. Hier daneben die Allradfunktionen. 4WD-Auto heißt, Hinterradantrieb zu 100% und variabler Einsatz des Allradantriebs, also die Vorderachse wird dann vom System zugeschaltet. Ich kann aber auch den Zweiradantrieb fixen, um zum Beispiel, wenn ich weiß, ich fahre jetzt einfach drei Stunden Landstraße, hier ein bisschen Sprit zu sparen. Und dann gibt es noch die 4WD High oder WD und die Low, also die Geländeuntersetzung. Hier im Sportmodell ist eine automatische Differenzialsperre an der Hinterachse verbaut. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, wie fährt sich denn der 1500 Sport so. Aber eine Sache zeige ich euch draußen noch. Man kennt es vielleicht aus dem Urlaub in den USA. Die Menschen sitzen trotz sengender Hitze im klimatisierten Café und wollen dann auch ihr Auto schon vollgekühlt haben. Das ist eine Erklärung, warum es das denn gibt. Motorfernstart per Doppelklick auf den Schlüssel. Und dann bollert das Auto draußen vor sich hin. Der Innenraum wird zum Beispiel schon runtergekühlt oder geheizt, wenn ich hoch im Norden bin. Und draußen ist in der Tat ein bisschen kühl, deswegen jetzt schnell rein ins Warme und wir drehen eine heiße Runde. 5,7 Liter Hubraum aus acht Zylindern. Das Auto schüttelt oder der Motor schüttelt natürlich die Kraft so locker aus dem Irmel wie der Andi die Kamerabilder. 401 PS ist die maximale Leistung und 556 Newtonmeter das maximale Drehmoment. Das liegt relativ spät an, nämlich bei 3950 Umdrehungen. Es ist ja ein Saugmotor. Wir sitzen ja im Sportmodell, deswegen probieren wir jetzt nicht aus, wie schlägt er sich Offroad oder machen so lustige Sachen wie wir fahren damit in die Stadt, sondern noch untypischer, es geht auf die Autobahn. Beschleunigungsstreifen und auch hier Urgewalten, Tempolimit aufgehoben. Linke Spur geht nur ohne Baustelle, denn das Auto ist ja mit zwei Meter acht breiter als oftmals zugelassenen Autobahnbaustellen. Wir fahren jetzt 160, ich gehe voll aufs Gas und auch hier schiebt er weiter an, fährt jetzt in den Drehzahl oder in den Geschwindigkeitsbegrenzer. Soll glaube ich 179 kmh sein, der Taro steht auch bei knapp 180 kmh. Mehr geht nicht, aber ist auch gut so, ganz ehrlich, weil spätestens jetzt ist natürlich dieser fette Pickup, die fahrende Schrankwand, eine Spritvernichtungsmaschine. 15,6 Liter sind der WLTP Benzinverbrauch und das kann man aber umweltfreundlicher und auch günstiger gestalten, denn auch jetzt fahren wir gerade nicht mit Benzin, sondern mit Autogas, LPG, also Flüssiggas. AEC baut in die Rams einen Flüssiggasantrieb ein. Ein 122 Liter fassender Flüssiggastank ist anstelle des Reserverades unter der Ladefläche, beschränkt dann minimal die Offroad-Fähigkeit ein, muss man wissen. Und man kann zusätzlich noch, wenn man nicht die ganze Ladefläche braucht, einen 200 Liter Tank auch noch da drauf knallen, dann habe ich irgendwie 1200 km Reichweite nur mit Flüssiggas. So jetzt fahren wir hier so mit 140, 160 m voran und da ist das Auto erstaunlich komfortabel auf der Langstrecke. Wir haben Radstand von 3,67 m, also länger als mancher Kleinstwagen total ist, stehen hier die Achsen auseinander und ihr kennt das, langer Radstand heißt viel Fahrkomfort, ist ein toller Federungskomfort, die Lenkung ist gar nicht mal so indirekt, wie man das vielleicht vermuten möchte und man kann also hier schon echt schön seine Bahnen ziehen, auf der Autobahn sich am besten dann bei Richtgeschwindigkeit einpendeln und dann muss man auch nicht immer die Tankanzeige im Auge haben. Zeit fürs Fazit nach der ersten Probefahrt im Ram 1500 Laramie Sport. Ja, lässiges Auto im wahrsten Sinne des Wortes, natürlich für den Otto-Normalfahrer unnütz, aber es gibt eine Zielgruppe für diese Art Autos. Bauunternehmer, die viel auf Großbaustellen unterwegs sind, die die Ladefläche nutzen, die die immense Anhängelast von dreieinhalb Tonnen nutzen, wo er eben in einer Liga mit großen schweren Geländewagen auch ist, die dann hier auch den Allradantrieb brauchen. Leute, die in der Holzwirtschaft tätig sind, Forstbetriebe natürlich weniger, die nehmen eher schmalere Autos. Oder wer einfach den Platz und auch den Mut hat, sowas zu kaufen. Am Geld scheitert es gar nicht unbedingt, denn der Sport kostet eigentlich weniger, als man so im Straßenverkehr glauben würde. Knapp unter 60.000 Euro geht es los. Genaue Preise stehen zum Zeitpunkt dieses Videodrehs zumindest für uns noch nicht fest. Er ist damit das Einstiegsmodell. Der Laramie kostet knapp 10.000 Euro mehr. Und ja, also das ist natürlich ein Preis, wo irgendwie jeder Außendienst 3er BMW ungefähr genauso viel kostet. Und hier ist eben mal was komplett anderes und natürlich aber auch ganz klar für unseren Straßenverkehr ein bisschen zu groß geraten. Der Verbrauch, der relativ hoch liegt, lässt sich eben durch die Autogasanlage ein Stück weit kompensieren. Und dann hat man zumindest hier ja auch ein bisschen mehr Geld in der Tasche und weniger Geld in der Tasche des Tankwarts. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen bei diesem Video. Lest den Fahrbericht auf autonotizen.de. Wie immer verlinke ich den unten in der Infobox unter dem Video. Danke auch an den Andi fürs Filmen. Der kriegt jetzt da noch ein paar Schokoriegel und ein paar koffeinhaltige Brausen zum Trinken. Im nächsten Video wird definitiv ein kleineres Auto werden. Was verrate ich noch nicht. Und dann sehen wir uns wieder. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Video.